Radio Holiday Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Holiday, also wir melden uns jetzt mit dem dritten und abschließenden Teil unserer Informationsserie über die Berufs-Safari an der DFO und WFO in Brunneck. Und bei mir sind jetzt drei unterschiedliche Vertreter von drei ebenso unterschiedlichen Betrieben, also zwei Damen und ein Herr, also damit das Ganze eben entsprechend auch aufgeteilt ist. Also die drei werden sich jetzt persönlich präsentieren und die drei werden uns dann verraten, wie sie die Berufs-Safari an diesen beiden Brunnecker-Oberschulen erlebt haben, welche Erkenntnisse sie daraus gewonnen haben und was sie natürlich auch für die Zukunft entsprechend mitzunehmen gedenken. Beziehungsweise, wie sie natürlich auch das, was die Schülerinnen und Schüler ins Feld geführt haben, auf sich wirken lassen. Mein Name ist Karin Fischnaller, ich bin in der Rubner Gruppe verantwortlich für das Recruiting und für das Employer Branding, also auch Personal, Marketing, Kontakt mit Schulen, Kontakt mit der Außenwelt, um Mitarbeiter für unser Unternehmen zu begeistern. Also ich muss sagen, die Berufs-Safari, wir haben heuer das dritte Mal mitgemacht und es ist ein sehr gut strukturiertes und gönntes Programm. Unser Schwerpunkt ist der technische Bereich, vor allem wo wir heuer eben, waren wir auch in der DOFO vertreten. Ich muss sagen, die Schüler, die zu uns gekommen sind, waren sehr interessiert. Wir haben auch versucht, ihnen einfach technische Informationen zu übermitteln. Wir haben einige Projekte gezeigt, wir haben technische Elemente aufgebaut, wo wir ihnen einfach die technischen Thematiken in unseren Unternehmen zeigen konnten. Vor allem unser Schwerpunkt Maschinenbau und Elektrotechnik. Und ich glaube, es ist uns sehr gut gelungen, den Schülern zu zeigen, was wir alles bieten können im Unternehmen. Werden Sie weiterhin da mit dabei sein, beziehungsweise welche Zukunftsperspektiven ziehen Sie aus dieser Veranstaltung? Ja, auf alle Fälle, wir werden auch nächstes Jahr wieder dabei sein. Ich denke auch wieder mit dem Schwerpunkt Technik, weil die technischen Fachkräfte gesucht sind. Wir haben vom Lehrling bis zum technischen Maturant, bis zur technischen Führungskraft Bedarf in jeglicher Hinsicht an Technikern, wie auch viele andere Unternehmen, glaube ich, die auch bei der Messe präsent waren. Ich denke, oder wir haben bereits einige Kontakte knüpfen können aus der Berufs-Safari. Einige haben sogar den Lebenslauf bei uns schon hinterlegt bezüglich eines Praktikums. Und ich hoffe eben, dass sich einige Absolventen bei uns bewerben, um dann in unserem Unternehmen eine Ausbildung erfahren zu können. Oder auch einige Lehrlinge vielleicht oder eben Maturanten oder beziehungsweise auch Praktikanten. So eine entsprechende Win-Win-Situation für beide Seiten. So, kommen wir zum nächsten Vertreter. Bitte schön. Ich bin der Kurt Jesacher von der Südtiroler Sparkasse, Bezirksleiter Wustertal-Gadertal. Wir sind heuer das erste Mal dabei bei der Berufs-Safari. Es war eindeutig positiv zu sehen. Sehr viele junge Leute sind zu uns gekommen, haben sich die Viertelstunde angehört, die meine Kollegen und ich ihnen präsentiert haben. Wir haben ihnen auch etwas zeigen können, das sie von außen in der Bank nicht gesehen haben. Das haben wir gemerkt. Das haben auch einige Interesse bekommen, auch mal bei uns reinzusehen. Und deswegen möchten wir auch ein nächstes Mal gerne wieder dabei sein. Das Schlusswort gebührt natürlich einer weiteren fraulichen Vertreterin, und zwar von der Firma Zirkunzern. Ja, ich bin die Katrin Mutzig, Personalverantwortliche bei der Firma Zirkunzern. Und auch für uns war die Berufs-Safari eine sehr gelungene Veranstaltung. Weil für uns ist es immer wichtig, einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren, dass einfach die Jugendlichen Einblicke bekommen, was kann ich später machen, wieso gehe ich eigentlich zur Schule, was macht es Sinn, macht es keinen Sinn oder in welche Richtung möchte ich mich vielleicht entwickeln, wie kann ich später mein angehäuftes Wissen in die Praxis umsetzen. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, zu zeigen, wir haben schöne Unternehmen in Südtirol, tolle Aufgaben, tolle Projekte, innovative Projekte. Und jeder kann ein Teil davon sein, über verschiedene Möglichkeiten, über Sommerjob, über Schulpraktika. Danach natürlich als Berufseinstieg, sei es nach der Matura, sei es nach dem Studium. Es gibt verschiedenste Wege hier in Südtirol und wichtig einfach als Appell an die Jugendlichen auch, setzt euch dahinter, wisst warum ihr es tut, dann macht es nachher Sinn. Also noch eine kurze Frage, kurze Antwort zum Schluss. Also was die Zukunftsperspektiven betrifft, also wir haben ja einiges gehört, sowohl von den Schülerinnen und Schülern als auch von den Firmenvertretern. Also wie sehen Sie das? Also soll an diesem Format der Berufserfahrer etwas verändert werden? Soll das so beibehalten werden? Soll das auch weiterhin so durchgeführt werden? Also aus unserer Sicht sollte es sicher so weitergeführt werden. Es war sehr professionell. Sicherlich war es jetzt die dritte Ausgabe. Man hat aus den vergangenen Jahren gelernt. Es war sehr gut organisiert. Die Jugendlichen und auch die Lehrer waren sehr gut vorbereitet. Es hat sehr viel Spaß gemacht und insofern sollte man daran festhalten und vielleicht auch auf andere Schulen übertragen. Das heisst, andere könnten vielleicht in ihrer eigenen Schule ähnliche Projekte auch durchführen. Und mit dieser Adelung, also der beiden Oberschulen, also gebe ich wieder zurück ins Hauptstudio. Das war's, also das war der dritte Teil, also als Informationsserie über die Berufs-Safari. Reinhard Weger sagt Dankeschön und gibt damit wieder zurück ins Hauptstudio. Die Hits und Themen. Die Hits und Themen. Radio Holiday. Radio Holiday.